Hey, hallo Leute! Willkommen auf dem GamerKramerKanal! Heute will ich den Dacia bauen und ich bin dafür hier auf den Campingplatz des Grauens gegangen, weil da kann man ja immer nochmal ein Auto gebrauchen, da kann man ja immer nochmal ein Fahrzeug mit dahin stellen und im Augenblick habe ich einfach Spaß daran, Autos zu bauen, die Realität nachzubauen. Ja, sowieso. Und ich habe in meinem Inventar hier schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Hier haben wir diesen schönen Sport-Kovett. Naja, schön ist was anderes und es ist ja auch keine Korvette. Lalalala, die haben zwei Abstand. Hier nehme ich mal drei Abstand, vier Abstand, vier Abstand. Da kommt das da dazwischen. Das soll der Dacia werden. Achso, schon gesagt. Moment, das sind die Art Karten. Das hatte ich vergessen noch in den Inventar zu nehmen. Einen hellen Knopf. Nehmen wir mal hier den Steinknopf. So, und dann kommt eigentlich schon, ja, wie soll man sagen, die eigentliche Karosserie. So, ja, okay, dann sind hier, oder hier ist das, äh, ich mache jetzt natürlich speziell meinen nach, welchen auch sonst. Hier ist das, äh, ja, Cockpit. Das Führerhäuschen. Oder Führer-Trailmone. So, ja, sieht irgendwie aus wie ein Transporter. Das ist ja auch gar nicht so falsch. Der hier ist drei breit. Ich würde sagen, machen wir ihn mal vier breit, oder? Mal gucken, wie sich. Erstmal mit drei machen. Ich weiß nicht mehr. Ist ja auch, also eigentlich in echt ist er nicht so super breiter als ein, äh, normales herkömmliches Straßenfahrzeug. Aber, um, äh, ja, um mal beide die Kirche im Dorf zu lassen, oder wie auch immer. Nein. Da, da, da. Da, da, da. So. Auch untenrum, das schwarz ist, eigentlich nicht ganz richtig, aber es gibt leider noch keine blauen, halb, selbst halbfläbigen, oder wie soll ich sagen. Ja, ja, er guckt schon. Hi. Alles gut. Ja, ich baue, äh, ein Auto. Alles gut, macht dir keine Sorgen. Der Eisengonem schwer besorgt. Was macht der Kramer hier? Hey. Schön, oder? Also, dann hau mal wieder ab. So. Wieso kann ich nicht mehr fliegen? Jetzt kann ich wieder fliegen. So, dann brauchen wir die halben da untenrum. Dann können wir nämlich auch, äh, vielleicht mal gucken, äh, den Kofferraum mal offen lassen. Ausnahmsweise mal den Kofferraum offen lassen. So. Und damit wir obenrum noch was haben, die halben auch obenrum. Nein. Nein. So. Hoppla. Und da ist Wetter. Nicht so schön. Hallo. Dankeschön. Ja, können wir im Kofferraum schlafen. Da ist alles nichts Neues. Hier innen drin noch das Lenkrad. Naja, angedeutet. Aber vielleicht doch zack. Zu. Jetzt ist natürlich die Sache so, ich weiß nicht, ob das so aussieht. Eigentlich so weit, so gut. Nicht da hinten. Nicht da hinten. Was haben wir noch? An der Seite ist da ein, wie soll man sagen, ein Schutz aus Plastik. Der ist beim richtigen Fahrzeug. Der ist schwarz. Wir haben hier keine schwarzen Schilder. Deswegen nehme ich die dunkelbraun. So wie eigentlich hier bei den meisten Fahrzeugen. Auch vorne für die Motorhaube. Ganz praktisch. Ja, also man kommt nicht so nahe. Das ist ein Signalhaube. Obwohl, das wäre noch auch als Fenster. Als Fenster könnte ich auch. Zack. Da mal noch dunkles. Oh, jetzt habe ich den Buchstaben geschrieben. Okay. Da mal noch dunkles. Glas. Wie heißt es? Glas. Dunkles Glas noch dazu machen. Zack, zack. Und da ist ein Fenster. Und da. Schwarzes Glas. Gibt das, glaube ich, hier. Wo ist all das Glas? Na ja, na ja. Also ich weiß nicht. Da muss man natürlich Fantasie haben. Und das sieht natürlich in echt anders aus. So probieren. Das ist eine Katze. Hi. Eine schwarze Katze bringt anscheinend Pech. Aber dann ist es so. Ja. Wir kommen alle zum Kopf. Mal gucken. Ja. Und. Gut. Oder? Ja. Okay. Dann machen wir das hier auf der Seite auch noch. Und. Zack. Nein. Da habe ich das schon rein. Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Jetzt mal einen Shot nehmen. Von der Seite. Machen wir denn unsere schöne Schaufel. Noch mal einen Tag machen kurz. Zack. Ja. Äh. Gehs mal aus dem Bild. Dankeschön. Ich weiß. Sehr groß geworden. Jetzt schauen wir mal nach einem Block. Achso. Rote Wolle. Und weiße Wolle. Rumprobiere. Rumprobiere. Rote Wolle. Rote Wolle. Rote Wolle. Damit ein besserer Kontrast entsteht. Jetzt noch probieren. Orangene Wolle. Rote Wolle. Das ist aber auch ein weiterer Held. Da macht doch Camping gar keinen Spaß. So. Äh. Wie geht denn da? Kaum ist. Mal kurz. Der ist zum Zombie geworden, der Dorfbewohner. Ärgerlich. Ärgerlich. Äh. Ist ja da noch mit mir irgendwie ein Problem. Kann ich gar nicht verstehen. Ja. Hintenrum ist es jetzt noch ein bisschen öde. Aber was will man machen? Vielleicht, äh. Dachgepäckträger dran machen? Nein. Rückgepäckträger dran machen. Nein. Was soll das? Jetzt laufen sie hier. also ich würde sagen ich lasse ihn jetzt mal so werde ein paar bilder und videos einblenden zum vergleich und ansonsten sage ich euch vielen dank fürs reinschauen geht auch beim nächsten mal offline wenn es heißt geht raus daheim sterben die leute die leute